Es gibt eine Doppelvorstellung. Ich will etwas über die junge Dame sagen, die man hier schon sehen kann. Ihre Mutter hat mir geschrieben und mich gebeten, dass ich ein Porträt von ihr mache. Sie war 20 Jahre alt. Sie war 20, Laura. Ich zeichne meinen Künstler, Leo, für mich zu zeichnen. Das ist das, was ich zeichne. Das ist ihre Daughter, die sehr kurz ausgewählt hat. Es wurde aus einem Handwritingssample gemacht. Ich hatte ein Handschriftenexempel von ihr und das habe ich gezeichnet. Und das andere ist das Bild, wie sie wirklich ausgesehen hat. Und kürzlich mit 20 ist sie dann hinübergegangen. Was ich jetzt sagen muss, ist, wir werden eure Familienmitglieder zeichnen. Ich setze mich gleich drüben hin, ich kann gar nicht zeichnen, ich gehe also schlafen. Und erwartet nicht unbedingt eure Familienmitglieder, wie sie ausgesehen haben, als du sie zuletzt gesehen hast. Da haben sie nicht unbedingt am besten ausgesehen und so möchten sie nicht unbedingt in Erinnerung bleiben. Also sie kommen, wie sie waren, als sie jünger waren. Und um ein Foto zu verzeichnen. 99% der Fähigkeiten verzeichnen. In 99% der Fälle sehen sie auf der Zeichnung so aus wie auf einem bestimmten Foto. Und das ist dann oft aus ihrer jüngeren Zeit, so wie sie behalten werden wollen. Jetzt setze ich mich hin, lasse Leo hereinkommen und übergebe euch an Jeffrey. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der erste Kommunikator ist jemand sehr starkes. Der mochte Gärten und Gartenarbeit sehr gerne. Gemüseanbau und hatte gern, wenn die Sachen wachsen. Ich denke, Sandy hat erklärt, dass sie zwei Zeichnungen auf einmal machen. Sie macht zwei Zeichnungen auf einmal und wahrscheinlich werden beide Familienmitglieder sein. Also von hier aus rechts gesehen, das sieht nach einem Vater aus. Also jemand von mir aus gesehen auf der linken Seite. Die Dame mit dem schönen Schal. Ja. Ja. Ist das dein Vater? Ja. Der hat gern Gemüse angebaut. Auf seinen Gemüsegarten war er richtig stolz, oder? Aber bevor er in die geistige Welt ging, hat er auch richtig gelitten. Er hatte Krebs oder etwas mit Krebs in Verbindung, bevor er starb. Im Brustbereich und im Kehlbereich war er sehr, sehr schwierige Begründung mit ihm, bevor er weggelebt hat. Er konnte kaum noch schlucken am Schluss. Ich brauche deine Stimme. Er ist hier und sehr glücklich mit dir zu kommunizieren. Ich muss dich was fragen. Hast du einen Ring und an dem Ring ist eine Münze mit dran? Hatte ich mal. I used to have. Used to have. That's right. But that was... Did you lose that? Hast du das verloren? Ich glaube, mein Bruder hat diesen Ring. I think my brother has this ring. Oh, right. But your father wanted you to have that ring. Mein Vater wollte, dass du den hast. Sorry to cause a family dispute. Also gibt es da Disput in der Familie. Ist das deine Mutter? Es könnte sein. Could be. Yeah. I think the lady is your mother. The two of them come together. Die beiden kommen zusammen. Your mom had beautiful hair. Deine Mutter hatte schöne Haare. And she loved having her hair done. Und sie hatte gerne ihre Haare zurecht gemacht worden. Freitag war der Haaretag. Now that she's in the spirit world, Friday is still hair day. Und jetzt, wo sie in der geistigen Welt ist, ist Freitag immer noch ihr Haaretag. But you know, your father and your mother were very different personalities. Sie hatten sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. And your father sometimes could appear a little grumpy. Der konnte ein bisschen mürrisch erscheinen. But it was an act. Aber er hat nur so getan. You know, he just liked being the grumpy old man sometimes. Er hat einfach den mürrischen alten Mann gespielt. Und deine Mutter wusste genau, wie sie damit umgehen konnte. Die Leute dachten, dein Vater ist der Chef. Tatsächlich war aber deine Mutter der Chef. Das ist wahr, das ist wahr. Maria, Mary, jemand weiter zurück in der Familie. Aber deine Mutter hatte Probleme mit ihren Beinen, bevor sie stirbt. Und es gab viele Probleme mit ihren Knie. Und ihre Knie waren geschwollen. Und bevor sie starb, ist sie gefallen. Und obwohl dieser Fall sie nicht umgebracht hat, war es der Anfang des Endes. Dieser Fall hat sie nicht umgebracht, aber der war der Anfang vom Ende. Ist sie in ein Heim gegangen am Schluss? Ja, das ist wahr. Sie war sehr unglücklich in dem Heim. Und da war sie sehr unglücklich. Sobald sie in dem Heim angekommen war, wusste sie, dass sie dann nicht mehr rauskommen würde. Und sie schickt viel Grüße und Liebe an dich. Sie mag deinen Schal. Sie hat auch gerne Schals. Sie hatte eine schöne Sammlung davon. Und als ihr das Haus ausgeräumt habt, da gab es eine ganze Menge Schals. Du hast die Schublade nicht mehr zugekriegt, weil die voller Schals war. Aber ich will euch auch sagen, wenn dein Vater sich in deine Mutter verliebt hat, was ihn angezogen hat, waren die Augen. Und deine Mutter hatte die schönsten Augen. Und das kommt auch jetzt bei den Zeichnungen heraus. Dein Vater hat seine Haare verloren, größtenteils. Das mochte er nicht. Und darüber war er auch ein bisschen mürrisch. Aber in deinem Zuhause hat es da Reparaturarbeiten gegeben, die jetzt stattfinden oder stattgefunden haben, kürzlich. Er spricht von Leitern. Sir, can you understand that? You're having to put a ladder up. Be careful with that. But also, you belong, sir, to a gentleman's organization, where they all have dinner jackets and bow ties. Or you're due to go to a function, where the men are going to have dinner jackets and bow ties. Well, you remember the life setter. But your dad's having a lot of fun in communicating. Dein Vater macht es Spaß zu kommunikieren. He wouldn't have believed in all this. But he does now. But your mom, You know, she had a six sense for this sort of thing. Deine Mutter hatte aber einen sechsten Sinn für solche Sachen. And so much love and affection are coming from both of them. And they come as a team. And they come as a team. To you. Zu dir. Thank you. Thank you, sir. Do you want to help me with any of the... That's a birthday, Dan, or an anniversary. Oh, is it? Oh, right. There's a May birthday or anniversary. I'm getting this from the chart, by the way. I'm not getting this, Claire. There's something to do with a leaking tap. Da steht geschrieben, Mai und tropfender Wasserhahn. He's sending love to fall. My Claire audience is improving. I can hear the spirit. Meine Hellhörigkeit verbessert sich. Hör hier immer was. Your mom had trouble with her teeth before she passed away as well. Da steht was, Liebe an vier Personen. And they didn't fit properly. Deine Mutter hatte was mit ihrem Gebiss. Die Zähne passten nicht richtig. She was right miserable about that. Und das hat ihr ziemlich zu schaffen gemacht. I think actually that concerned her more than the fall she had. Das hat sie sogar mehr beschäftigt als der Fall, den sie getan hat. That's true, isn't it? Stimmt, oder? Sie war sehr eidlich. She was a bit vain. Yeah, less right. Oh, they're putting teeth in. Oh, jetzt kommen die Zähne. Leo must like me. That's really good. Die Zähne sind jetzt perfekt. But thank you for helping us with that. Danke, dass du uns geholfen hast. Es ist wirklich wichtig, dass wir die Stimme hören von den Menschen, für die die Botschaften bestimmt sind. Zum einen arbeiten wir mit Leo an den Zeichnern. Und zum anderen arbeiten wir mit der Schwingung eurer Stimme. First time I've met Leo, by the way. This is the very first time we've worked together. And so it's really good to get the first communication very, very strongly through. What does that signal about? Are you happy? Well, if he's happy, I'm happy. Wenn er glücklich ist, bin ich glücklich. That's good. That's nice. Herzlichen Dank. Wonderful. Dankeschön. My pleasure. Well, also Sandy's pleasure, Leo's pleasure. Es war mir ein Vergnügen. We have to thank Michael as well. Auch Michael, ein Dank. Right, so he starts drawing another one there. It keeps me busy, doesn't it? Der hält mich auf Trab. Ich will nicht mehr arbeiten als nötig, also wenn jemand von euch meint, dass er die Zeichnung erkennt. Ich brauche eure Hilfe. Ich brauche eure Hilfe. Vielleicht wird Leo's going to turn me off about that, actually. Ich mag das. You see, also the laughter raises the vibration, ladies and gentlemen. Auch das Lachen hebt die Schwingung. Now, with this next communicator, I can straight away say, there's a love of the sea, a love of water. Beim nächsten Kommunikator kann ich sagen, da gibt's Liebe, äh, der mochte das, die See und Wasser. And the person that I want in my audience tonight, water has always played a very, very important part in their life. Und bei der Person, die ich hier im Publikum meine, hat Wasser immer eine wichtige Rolle im Leben gespielt. Und dieser Kommunikator berührt mein Herz sehr. Because I know there was a cataract or a cataract type of difficulty with the eyes. Der hat einen Kataract oder sowas ähnliches wie ein Kataract im Auge. Und der hat eine Operation am Katarakt und die ist nicht gut ausgegangen. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob es um den Kommunikator geht, diese Augengeschichte, oder ein anderer Mensch, der mit der Person hier aus dem Publikum verbunden ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob es um die Person hier aus dem Publikum verbunden ist. Ich schaue nach Farben im Porträt, schwarzer Bleistift, weiße, weißes Papier. Ich werde Farbe auf die Leinwand bringen. Hier in dem Teil des Raumes. Da ist ein Herr mit Bart. Sir, ich glaube, es geht um dich. Gab es da eine Kataract-Operation in deiner Familie? Wahrscheinlich sagen die Frauen ja und du sagst nein. Und der Kommunikator hat sehr gelitten vor seinem Tod. Und der Köder ist die Tag. Und der Gegenst. Also, da ist eine Frau. Hang auf. Da ist ein Herr mit der Beeren. Da ist eine Frau hinter ihm. Und da ist eine Frau hinter ihm. Und da ist eine Frau hinter ihm. Du sitzt zwischen zwei Frauen. Am ich mit dir? Sei mit dir? Da ist eine Frau in der Blühe neben dir. Second in. Sie ist jetzt nachher. Wer hat eine Katarakt-Operation oder kennt jemand, der so eine Operation hatte? Ich brauche eine schnelle Antwort, sonst verlieren wir den Kommunikator. Der Mann mit dem Bart, und direkt hinter dem sitzt die Frau, und ich will die Frau, die hinter der Frau sitzt, hinter dem Mann mit dem Bart sitzt. Sie schauen immer herum. Wer hat eine Katarakt-Operation in der Familie? Grauer Stab. Sind wir geduldig und gucken, was Leo noch mitteilt? Oh, richtig. Wir wollen die initiale H. Hans. Wer hat einen Hans in der geistigen Welt? Auf der anderen Seite vom Gang. Wenn du Hans kennst, kennst du auch jemanden mit einem Starr? Sie selbst hatte zwei Starr-Operationen und eine ging daneben. Das war eine Katarakt-Operation. Ja. Das ist richtig. Wunderbar, Doris. Danke, Doris. Und du kennst, wer Hans ist. Ja. Und er war ein Charakter. Ja. Und er hatte auch eine Militär-Konnexion mit ihm. Hans hatte auch Verbindungen zum Militär. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber er war auch ein sehr fitter Mann in seinen jüngeren Tagen. Und er liebt Skiern. Er war ein guter Skier. War ein guter Skier. Er hat sehr gefühlt Skiern. Leo, sag mir, dass ich recht habe. Leo, sag mir, dass ich recht habe. Wir sind recht. Danke. Wunderbar. Das ist großartig. Er ist hier sehr, sehr stark mit dir. Aber er möchte dich sehr bedanken, was du für ihn getan hast. Und er dankt dir sehr für das, was du für ihn getan hast. Und du würdest wahrscheinlich sagen, das war doch gar nichts. Und seine Familie, muss ich dir sagen, die waren nicht fair mit ihm. Und da gab es eine Situation, wo seine Familie ihm nicht die moralische Unterstützung gegeben hat, die er hätte haben sollen. Juna, I know you're gonna say yes to this, because it's a nice thing for me to say. Ich weiß, das was jetzt kommt, da wirst du ja sagen. But he really liked you. He had a soft spot for you. Er hatte... Ja, er mochte dich sehr. And you really hit it off. Yes. That was him. So, presumably he wasn't relative to you. Aber er war vermutlich kein Verwandter zu dir. But the friendship was a really strong one. Aber eure Freundschaft war sehr stark. Help me out, Michael. It's a book. Das ist ein Buch. Did you give him a book? Did you give him a book on spiritual things? No. Well, there's something to do with a book. And was is with a book? Maybe he means the one I wrote. Sorry? Maybe he means my book. Oh, your book. Oh, good. Yes. Excellent. Good. Thank God for the... Excellent. But he is so, so nice. He is so nice. He is so nice. But he passed tragically to the other side. Yes. But he passed tragically to the other side. Er ist auf tragische Weise hinübergegangen. There was a tragedy to his passing. Yes. There was a tragedy to his passing. And he said, well really I went before my time. Yes. And he said, well really I went before my time. Yes. But the knowledge you gave to me before I went helped me. He said to me, the last time he saw you, that you either bought him an ice cream or he bought you an ice cream. You can't remember my time, Yep. You can't remember I can't remember it. He bought him an ice cream or he is for you. It's difficult to define his age. Middle 50s? No, middle 30s. Middle 30s. Is that interesting. War das vor 20 Jahren? Er sagt, er wäre jetzt Mitte 50. Wenn ich etwas falsch verstehe, dann ist das nicht Schuld der geistigen Welt, sondern meine Missinterpretation. Also er ist jetzt Mitte 50. Und Mitte 30, als er hier war. Er mochte Süddeutschland recht gerne. Er spricht vom Bodensee. Ich nehme an, dass er da Ferien hatte. Oh, he liked Humbugs. Oh, I'm talking Humbug. One of the two. Vielleicht rede ich Unsinn. Oh, he liked Humbugs. I thought Leo thought I was talking Humbug. No, no, he liked Humbugs. That's right. Thank you. That's lovely. That's very kind of you, Doris. Thank you. Now I'm wondering, and I'm going to cause myself a lot of problems. I'm wondering whether the next drawing is for the lady that I tried to contact before, that we couldn't contact. Ob das jetzt für die Frau ist, mit der ich vorhin Kontakt aufnehmen wollte. Let me come off the stage. Jetzt komme ich mal runter. Let me go up to the lady that I think we won't contact with. Und dann gehe ich mal zu der Frau hin. It's you I want for the next drawing. Mit dir will ich Kontakt. Come on, Leo, give me a tick on that one. I deserve that after all that trouble. Come back, all is forgiven. Yeah, that's right. So, Madam, this is for you. So, speak to me. Because I think this is your mother. That's your mom. That's good, I like that. And your mom was such a lively character. Yes, she loved life. Sie liebte das Leben. You know what she said to me? Weißt du, was sie gesagt? If she was around now, wenn sie jetzt hier ist, she would give me a run for my money. Which means that she would have fun. Sie würde Spaß haben. And she was a good dancer, your mom. Sie war eine gute Tänzerin. Good dancer. But also, she loved to stay fit as well. And had was for her fitness getan. She enjoyed walking. Sie is gern gegangen. Is that a piano? She loved the piano. Sie liebte das Piano oder Keyboard. I don't necessarily say she played the piano, but she loved piano music. Ich sage nicht unbedingt, dass sie es selbst gespielt hat, aber sie liebte das Piano. That's true, isn't it? Da steht was von singen. There's a lot of relaxation with her. Da ist viel Entspannung bei ihr. But she was fun. Und es war, man konnte Spaß mit ihr haben. Sie war voller Energie. Full of the enjoyment of life. Voller Lebensfreude. She was, as you would say in English, a live wire. Sie war wie ein Draht unter Strom. But you know, she was quite short in stature as well. Von Gestalt her war sie eher klein. Because she says, always good things came in little packages. Gute Sachen kommen immer in kleinen Päckchen, sagt sie. But she certainly was very quick at actually with her answers, with her sense of humor, with her sense of fun. That was something very... Sie war immer schnell in ihren Reaktionen, mit ihrer Art von Humor. Es ging immer schnell. Und sie hat das Leben genossen. Und sie sagt, sie hat mich nicht mit Brille gemalt, weil ich meine Brille nicht mochte. Und als sie ihre Brille hatte, hat sie die immer verloren. Ich brauche deine Stimme, sag mal was. Ich brauche deine Stimme, sag mal was. Ich brauche deine Stimme, sag mal was. Vielleicht will sie mir sagen, ich brauche meine Brille. Es gab auch zerbrochene Brille, wo der Bühel zerbrochen ist. Sie hat die Brille mal abgenommen und dann hat sie sich vielleicht auch mal drauf gesetzt. Und am Ende konnte sie auch schwer atmen. Und im Krankenhaus haben sie versucht, ihr mit dem Atmen zu helfen. Und man hat auch von Wiederbelebungsversuchen gesprochen, aber da war sie nicht interessiert dran. Sie ist froh, dass sie gegangen ist. Und sie liebte ihren kleinen Garten. Der hat ihr alles bedeutet. Und sie hat gerne im Garten gesessen und da gab es einen Baum und da kamen viele Vögel und sie hat die Vögel gern beobachtet. Ich mache das auch, you know. Die Vögel beobachtet. Aber bei dieser schönen Zeichnung kommt sogar ihr schöner Humor durch. Und sie ist sehr dankbar für das, was du für sie getan hast. Und man kam sehr gut mit ihr zurecht. Ein Ring. Ein Ring? Was ist mit dem Ring? Oh, das ist mein Job. Ah, hold on. Es sieht, als ob es zwei Ringe sind. Zwei Ringe. Zusammen. Also Eheringe. Das bedeutet, dass ihr Vater durchkommen wird. Das bedeutet, dass sie ihre Ringe hat. Oh, hast du ihre Ringe? Hast du ihre Ringe? Nein. Oh, richtig. Oder sind Ringe verloren gegangen? Ja. Ah, vielleicht, vielleicht. Nicht sicher. Nicht sicher über die Ringe. Ich entschuldige, Leo. Ich bin mir nicht sicher. in diese Sache mit den Ringen. Ich bin mir nicht sicher. Nein. Nein. Now, Leo, you have to give me credit for the fact we got the right communicator. Leo, du kannst doch immerhin damit zufrieden sein, dass wir den richtigen Kommunikator gefunden haben. Und auch mit der Brille, da bin ich als Erster draufgekommen, vor Leo. Es gibt Tag im Juni. Ist es ein Geburtstag? Einen Geburtstag. Ein Geburtstag, nicht dein, sondern ein. Anyway, so much love from your mom and the main thing that comes across from this communication is the fact of how much your mom really loved and enjoyed her life. Also, viele Grüße von mir und Liebe. Und der Hauptpunkt in dieser Kommunikation ist, wie sehr deine Mutter das Leben geliebt hat. Da gibt es auch eine Verbindung zu einem Bauernhof. Sie war sehr gerne auf dem Bauernhof und sie hat die Eier eingesammelt von den Hühnern. Ah, und also, sie mochte auch Pferde. They'd be on the farm as well. But the love of the farm and the love of animals and the love of the countryside and the simple life never lost to your mother because she really loved those sort of things. Sie war gern auf dem Land, war gern mit den Tieren, war gern in der Natur und das hat nie aufgehört. Das hat ihr gut gefallen. Ein Hund. Ja, da ist ein Hund. Oh, da ist ein Hund mit ihr. Ein Hund ist bei ihr. Ja, ja. War der Hund schwarz-weiß? Ja, der Hund war schwarz-weiß, nicht wahr? Das ist nicht. Ja, das ist wunderbar. Ja, gut. Danke sehr. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, manchmal kann es mit einer Kommunikation ein sehr, sehr emotionales Zeit sein. Es kann mit den Kommunikation sehr emotional werden. Und vor allem in einer Veranstaltung, wo jemand vielleicht nicht gewohnt ist, laut zu sprechen. Da gibt es eine Frau mit einem orange Schal. Ich glaube, das nächste Bild ist typisch. Meine Augen sind nicht so schlecht. Das eine ist rosa, das andere ist orange. Frau mit dem orange Schal. Wer hat gesagt, das ist rot? Wer hat gesagt, das ist rot? Ich glaube, wir haben wieder eine Mutter. Deine Mutter ist drüben. Sie war recht still. Sie war sehr reserviert. Und deswegen bist du ein bisschen überrascht, dass sie durchkommt, um zu kommunizieren. Sie mochte nie gern die Mitte der Aufmerksamkeit zu sein. Sie war immer eher zurückgezogen. Und hat nicht gern im Scheinwerferlicht gestanden. Und da ist bei ihr auch ein Baby. Sie hat ein Kind verloren, ein Baby. Und das hat ihr das Herz gebrochen. War das dein Bruder? Ich glaube, es war ein Bruder. Ein Bruder. Hast du einen Bruder? Hast du einen Bruder? Ja, du hast zwei Brüder sogar. Pick. Ja, ja. Es war ein kleines Mädchen. Ein. Aber du hast zwei lebende Brüder, ja? Und die beiden sind sehr unterschiedlich. Die sehen sich nicht mal ähnlich. So, excuse me, being a bit blunt, but you get on better with one rather than the other. Und mit dem einen kommst du besser zurecht als mit dem anderen. So, that's true to some extent. There's something to do with chalk, cheese and coal. What would that mean? That's what you're talking about, the not getting on with chalk. Oh, ja, ja. Oh, good. Ja, ja, excellent. Leo agrees with me, so we must be right. Ja, that's correct. Could you say that again? Ja, Leo agrees with me. Chalk and cheese and... Yeah, it means in English that people are very different to one another. Chalk is Kreide, Käse und the third, Co-coole. It's an indicator of how different people are. It's an indicator of how different people are. That's correct. But it's wonderful, that this little baby is with your mother. Aber es ist schön, dass dieses Baby bei deiner Mutter ist. I think that should give you a lot of comfort. Das kann dir viel Trost geben. Because when your mother arrived in the spiritual world, of course the baby was there. Als deine Mutter in der geistigen Welt ankam, war das Kind da. Ja, but also your mom loved flowers. Deine Mutter mochte Blumen. And she had green fingers. And she had the green fingers. And she had a very, very special way of dealing with flowers and arranging flowers. Sie konnte mit Blumen umgehen und sie auch hübsch arrangieren. And you've inherited that to some extent. Und du hast es auch ein bisschen geerbt. You've got a lot of flowers in your home at this present time. Du hast bei dir zu Hause viele Blumen. I don't mean just in your garden. Nicht nur im Garten. I mean you've got flowers in the house as well. Sondern im Haus. That's right. You love roses as well. Du magst Rosen gern. And if I said to you, your mother was giving you red roses, that would be a very special message for you. Und wenn ich dir sagen würde, deine Mutter gibt dir Rosen, dann ist das für dich eine besondere Botschaft. Und wenn ich dir sagen würde, deine Mutter gibt dir sieben Rosen, wäre das noch mehr was besonderes. That's correct, isn't it? Wir waren sieben Leute in unserer Familie. Thank you, that's lovely. But it's nice to get that confirmation of those seven red roses as a very, very special significance and a very special link from your mum. Also, diese sieben Rosen sind ein ganz besonderes Zeichen und eine Mitteilung von deiner Mutter. Und da gibt es eine gelbe Rose für dich. Und an deinem Lächeln kann ich sehen, dass dir das was bedeutet. Und das haben wir Leo zu verdanken und nicht mir. Gut, dass wir zusammenarbeiten. Oder eher, er macht die ganze Arbeit. Aber du weißt, auch, deine Mutter liebt Namen, du weißt, Namen von Leuten nach Blumen benannt. Sie mag die Namen von Leuten, die nach Blumen benannt sind. Verstehst du das? Manche Vornamen beinhalten die Bezeichnung von Blumen. Und da gab es welche in der Familie, die nach Blumen benannt sind. Rose. Wer hat das gesagt? Mehr psychisch als ich? Oh, ja. Rose. Rose ist ja eine Rune. Ist das richtig, Michael? Leo stimmt zu, nicht? Ich bin nicht komplett. Leo stimmt zu. Ja, gut. Aber du hattest Probleme mit deinen Ohren, oder? Ja. Und, um, ein Ohr war schlechter als das andere. Aber du musst noch mal untersucht werden. Und das sollte noch mal untersucht werden. Okay, so nicht einfach das ignorieren. Deine Mutter hat nämlich auch ein bisschen mit den Ohren gelitten. Aber da hat man nichts gemacht. Und deswegen fühlte sie sich isoliert. Und sie möchte, dass du dich nicht isoliert fühlst. Ist das Kind überhaupt geboren worden? Aber du wißt, was wir als Spiritualist verstehen, ist... Ah, right. Rose. Rose. Sie wurde russisch genannt. Ach, das Kind ist... Sie wurde russisch genannt. Ah. Wir sind da halfway. Ja. Gut. Jetzt sagen wir es. Just think, Leo und ich sind uns noch nie begegnet. Wir arbeiten so gut zusammen. Wir arbeiten so gut zusammen. Hey, what? I hope Leo's not saying I'm gay. It's not true, ladies and gentlemen. Gay heißt ja schwul und fröhlich. Ich hoffe, der will nicht sagen, dass ich schwul bin. Nicht mal im nächsten Leben. Aber Rose, denk in deinen Gedanken und Gebeten an Rose. Weil du weißt, sie ist deine Schwester. Ich denke, dass einer von deinen Brüdern mehr Sinn für solche Kommunikation haben, als der andere. Vielleicht hast du den Mut, ihm das zu erzählen. Ich denke, dass die Sitters die Zeichnungen danach bekommen. Ja, alle Sitters die Zeichnungen danach bekommen. Die Klienten kriegen nachher die Zeichnungen. Ihr seht die wunderbare Unschuld, die sich in dem Gesicht abzeichnet. Da fühlt man sich richtig privilegiert als Spiritist und froh darüber, dass das Leben ewig wird. Ah, isn't that nice? She guides you. Isn't that nice? That's wonderful. I'm your guide. Ich bin deine Führerin. I think probably actually you've been told that before. Vielleicht hat man dir das schon mal gesagt. You've had messages from her before. Du hast schon mal Botschaft von ihr gekriegt. Und man hat dir schon gesagt, dass sie deine Führerin ist. Nach unserem Verständnis wachsen die auf in der spirituellen Welt. I think one of the reasons why she's communicated is it's her birthday or would have been her birthday very close now. Und ich glaube, einer der Gründe, dass sie kommuniziert ist, weil jetzt oder um diese Zeit herum ihr Geburtstag das können wir nicht beweisen, aber das scheint Leon mitzuteilen. 4.55? What's that? That's the time. Right, 4.55 is presumably when the little girl passed over. 5... Yeah, 5.55 war wahrscheinlich die Todeszeit. Anyway, that's certainly a picture that you can very much treasure. Dem gilt Körensicher vertrauen. Do you think we'll have time for one more? Let's hope we'll have time for another one. Yes, hooray! We'll have to ask D2 whether I get overtime for this. Können wir ein bisschen Überstunden machen? D2 for my lady. Double. No, double. That's right, isn't it? The drawer gets double time and I get nothing. Doppelte Bezahlung. But there we are. Anyway, I get a very young energy with this communication. A very young energy and I get a female energy and this energy is very vibrant and there's a lot of dancing involved. It has a lot of dancing and I want someone in my congregation that either has a sister in spirit or has a very good friend that they regard as a sister. or a good friend or a good friend or a good friend that you're so a sister like where is the hand up there? Where is the hand up there? Oh, right there. Oh right. Hello. Right. Wonderful. You're in red as well. One more. You're in red as well. Is this your sister? Is this your sister? sie war voller energie und spaß sie liebte musik und als sie sehr jung war hat sie sind klein und hat die ganze zeit damit laute musik im haus und das hat deine eltern schier verrückt sie sagt mir nicht wie sie gestorben ist aber das ging wie mit dem katapult zack rüber davon soll man nicht sprechen sie will über das leben sprechen und die die mädchen sachen die ihr zusammen gemacht habt ihr war romantisch und ihr habt kleine geheimnisse miteinander geteilt und den eltern nie was gesagt aber da sollen wir drüber schweigen und sie liebte mode also du hast ihre geheimnisse behalten ja und sie mochte schwarz besonders sie hatte ein schwarzes kleid kann sich schnell das schwarze kleid erinnern für eine besondere gelegenheit und das schwarze kleid hat sie getragen und nach bald nach diesem anlass ist sie dann hinübergegangen du fühlst sie oft in deiner nähe du spürst ihre gegenwart aber manchmal hast du dir vorgestellt es ist eine ein bildung aber sie sagt es war nicht eine ein bildung so in ihren späten teen jahren oder frühen zwanzigern aber sie wollte eine junge dame sein und sie spricht von einem halsband halsband ich weiß nicht ob du eine von ihren halsketten bekommen hast sie hat deine klamotten geklaut oder du ihr aber ihr habt euch so nah gestanden ihr seid gut miteinander ausgekommen und ihr habt so viel spaß zusammen gehabt und so viele schöne erinnerungen sie hatte schönes haar lang und sie mochte ihre langen und sie mochte ihre langen und ihr geht es jetzt richtig gut und das ist eine sehr individuelle Botschaft da ist vor allem diese ähnung an jetzt hat sie perfekte haare wunderschön du hast schöne Bilder von ihr Fotos und kurzfristig hast du mal welche angeschaut davon und das hat dich gefühlsmäßig sehr berührt als du die nochmal angesehen hast und da hast du so Zweifel als du die Bilder angeschaut hast hast ich gefragt ist sie wirklich in einer anderen Welt oder ist es nur meine Fantasie sie ist hier um dir zu sagen sie ist ganz lebendig und es geht ihr gut und sie ist bei dir war wohl so gemeint dass sie heute durchkommt ich bin da du hast danach gefragt hast darum gebeten und hier bin ich du hast dich gefragt als du es eben angesehen hast ist es wirklich wahr natürlich ist es wahr du kannst mein Oberteil behalten du kannst mein Oberteil behalten du kannst mein Oberteil behalten ich mag das wunderbar ist Leo immer so lustig ist Leo immer so lustig? ist er immer so lustig? ja wunderbar das ist es dann wohl für heute wie lange dauert sie, um zurück zu kommen? oh gut ich würde sie sagen, ein paar Worte sagen bevor Sandy wieder zurückkommt bevor Sandy wieder zurückkommt es war mir ein großes Vergnügen mit ihr zu arbeiten das ist wirklich das erste Mal, dass wir zusammen arbeiten und die Verbindungen waren doch sehr eindeutig und die Verbindungen waren doch sehr eindeutig so so wir müssen viel Dank sagen ich danke Sandy für das große Vergnügen mit ihr zu arbeiten Und Michael hat bei mehr als einer Gelegenheit ausgeholfen. Und wir danken unserem wunderbaren Übersetzer. Und am meisten danken wir euch. Nicht nur die, die Zeichnungen bekommen. Aber eine wunderbare Atmosphäre von Liebe, die ihr heute Nachmittag kreiert habt. Und das hat dieses wunderbare, beweisgebende Ereignis hier ermöglicht. Alle vier von uns danken euch vom Grunde unseres Herzens. Oh, right. Well, you can say that. I haven't done any work tonight. Ich hab ja gar nicht gearbeitet. Okay. I just go down there and go to sleep. Ich setz mich einfach hin und geh schlafen. Okay. For those of you who have not had portraits and would really like to have one, I have forms you can fill in. All I need is your handwriting. And I can send them out by post. Ich brauch, ich hab da ein Formular. Ich brauch ein bisschen eine Handschriftprobe von euch. Und? Und? Huh? I don't know what you've said. Und sie schickt es dann mit der Post. Okay. You got it then. Can I just say I've got someone's black cat here crawling up my leg? I don't know who's it is, but someone. Ich hab ja ne schwarze Katze von jemand bei dir. Göt jemand ne schwarze Katze? Nimmst du die bitte wieder mit dir? Do you use the end with a prayer? No. You don't? No. It's okay. Wonderful, ladies and gentlemen. Let's send our prayers out to the spiritual world. Wir schicken unsere Gebete aus zur geistigen Welt. And remember, I've done overtime. Und wir haben Überstunden gemacht. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020